Der ist halt legit gut, der Gegner. Wir haben ja immer jetzt das Baudel. Ich hab keine Metz mehr. Okay, nicht wirklich Fortnite. Ihr habt am Anfang des Videos gesehen, dass wir nicht wirklich Fortnite spielen, sondern eher fake Fortnite in Roblox. Ja, Leute, ihr habt das richtig. Gustav hat das Ganze auch schon mal gemacht, also ihr könnt in der Videobeschreibung vorbeischauen. Der Link zu seinem Video ist da verlinkt. Ich bin mal so ein Ehrenmann. Und Leute, heute spielen wir zum ersten Mal Fake Fortnite. Ja, das wird mega schlimm. Bevor wir jetzt anfangen, Leute, würde ich mich selber freuen, falls ihr vielleicht meinen Support & Creator verwenden könnt. Ihr müsst einfach nur Maxify eingeben, so wie es da gerade steht und ist nach 14 Tagen erneut. Und ich bin Epic Partner, sprich ich kriege Geld mit meinem Code KAUF. Wäre mega Ehre, wenn ihr den verwendet. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Runde Fake Fortnite. Ja, ich spore. Meine erste Runde Fake Fortnite. Geil, okay, okay, Waffen. Oh, ey, 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 ey. Ha, Junge, du kannst ja gar nichts. Was ist denn da los? Was? Oh, Hitte. Oh, guck mal, auf einmal baut er, auf einmal baut er. Ja, ja, ich bin cracked in das Spiel, Leute. Die erste Runde, ich habe meine Keyboards natürlich reingemacht, weil ich bin kein Bot, ne? Okay, äh, äh, hab ich gesagt, ich bin cracked? Zack, Stairflip. So ist das an? Ich bin einfach genial in dem Spiel. Ah, ey, ey, chill. Er hat mich gekehlt. Okay, okay, ich spiele jetzt ernst, Leute. Ich werde jetzt einfach alles zerfetzen. Gut, das ist das an, wie ich baue, Alter. Ich bin einfach cracked. Runter sein, runter sein, geht das? Oh, ho, ho. Was, Junge, weg mit dir. Was ist das? Ah, ich habe einen Monotov eingesammelt. Geil. Höh, das war ein Headshot. Was für 70? Äh, 90. Guck mal, Alter, gleich kommt ein Montage, Alter. Dann werde ich alle zerfetzen. Nur der Aim-Bot? Der Kontrollerspieler. Junge, warum haben die heftiges Aim? Kommt, Herr Jungs, kommt, zeig mir, was ihr könnt. Nice Blumen, Alter, nice Blumen. Alter. Der hat einen Edit gemacht. No way, der ist ein Ebis cracked. Komm her. Hat gar nichts. Oh, der ist so low. Der ist so low. Was? Kann ich irgendwie 8-fach Layer versuchen? Moment, jetzt kriege ich hin. Guck mal, 4-fach Layer kriege ich hin, oder? 4-fach Layer. Ja, und jetzt irgendwie, äh. No way, Alter, no way. Okay, es ist voll schwer irgendwie. Junge, aber ich kriege es hin. Ein bisschen. Der Arsch hat mich runtergeschossen. Ist man auf dem Haus? Ist es jetzt free for all? Es ist free for all. Ja, let's go. Oh mein Gott. Warum auch immer der bei mir spawnt? Ich kann ihn nicht richtig sehen. Oh. Oh, geholt noch. Junge, die spawnen hier teilweise oben. Sollen sie ruhig spawnen, oder die hier lang kommen? Die werden von meiner Trap gekippt. Ich kämpfe jetzt hier oben. Ich kenne gar nichts. Er ist mal in der Crap gelaufen. Das war mein Kiff. Oh mein Gott. Ey, woher was warnt ihr hier? Oh, no way. Oh mein Gott, ich bin so crack. Das ist einfach the way hier oben. Wer hat denn das kaputt gemacht? Wie viel Leben hat ihr? Oh, plate, alter. Kannst gar nichts, bro. Oh, ja. Herunter. Bye, bye. Ich bin low. Ich bin low. Oh mein Gott. Ich bin halt einfach crack irgendwie. Komm. Oh. Oh, no way. Ich fühl nicht mal. What? Geh weg. Ich hoffe, der geflogen ist. Jetzt wird's ernst. Jetzt mach ich ernst, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. No way. Oh mein Gott. Ich bin so eine Maschine. Oh, komm schon. Oh mein Gott. No, ich bin gestorben. Zum ersten Mal. Ich dachte, ich schaffe hier irgendwie eine Nuke oder so. Alter. Oh mein Gott, die Hits. Oh mein Gott. Controller-Spieler. What? No way. Ich hab' nie bis das AIM, Alter. Komm her. Ich hab' gar keinen AIM mehr. Ich bin scheiße. Ich hab' keinen AIM mehr. Oh no. Komm, lass mich die Sniper, buddy. Was ist zu Ende? Hab' ich gewonnen? Ich hab' gewonnen. Ja. 18K ist erster Platz. Erste Runde FFA. Let's go, Leute. Jung, wenn das kein Like und ein Abo-Wert ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, jetzt ist 50 gegen 50, oder? Nee, Capture Reflect. Okay, Leute. Wir gewinnen das, okay? Nimm die Flagge ein. Ihr seid mein Team, okay? Mein Team. Au. Au. Okay, das wird nichts. Okay, Team Rot hat irgendwie irgendwas eingenommen. Wir müssen jetzt auch was einnehmen. Wir haben gar keine Punkte. Mein Team ist ja übelst trash, oder ist mein Team Rot? Wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das noch hin. Ah, quatsch, das hast du. Der ist halt legit gut, der Gegner. Wir haben ja übelst das Bode. Ich hab' keine Mets mehr. Egal, Bro. GG, GG. Das war ein guter Kampf. Das war legit ein guter Kampf. Holy shit. Was ist das hier eigentlich? Oh. Aha. Ich mach' ja mal Trickshot drunter. Super Trickshot. Der war übelst trash. Ey, die sind gut, die Gegner. Bruder, die Waffe connectet nicht. Oh man, ich war so gut am Start. Mein Team macht zwar null Punkte, aber es macht Spaß irgendwie. Das ist viel besser als Fortnite, Leute. Guck mal, das waren wir eben. Ich gegen der eine. Wir haben das übelst heftige Bodeway gehabt. Aber wo sind denn jetzt die Gegner? Ich bin verwirrt. Ich versuch jetzt B einzunehmen. Wir haben zwar noch kaum Zeit, aber egal. Oh, das ist ein Port... Wie heißen die Dinge? Port-Force? Nee. Port-Force, Port-i, Port-i. Ich hab' vergessen, wie die Dinge heißen in Fortnite. Ich nehm' jetzt einfach B ein. Oh, ich muss die Flanke jetzt nach Hause bringen. Zu meinen Homies. Okay. Nach B, nach da ganz hinten muss ich's bringen. Jungs, I got this. Ich bin ganz sneaky. Jetzt muss ich aber echt was zeigen hier. Komm schon. Let's go, buddy. Let's go. Ja. Oh. No way. Oh, no way. No. Ich hab' keine Mens mehr. Wo ist die Flagge? Ist sie noch hier? Unsere Flagge wurde geklaut. Shit. Die haben zwar meine Flagge, aber ich hab' deren Flagge. Okay, ich hab' die K. Oh, dann mach doch nicht diese. Oh, ist Tacke. Äh, was ist? No, shit. Das gibt's doch nicht. Ey, das ist doch doof, weil mein Team scheiße ist. Ich hätt' gewonnen. Mann. Oh, man. Oh, man. Girl. Oh, man. Oh, man. Patty. Der Gewinner bin ich mit 19 Kids. Ja, zweites FFA gewonnen, Leute. Ich hoffe, die kleine Montage am Ende hat euch gefallen. Hey Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr wirklich spielst, selber einen Daumen hoch gefallen. Es wird unglaublich viel und dauert nur ein paar Sekunden, Leute. Findet ihr Fake Fortnite besser als das normale Fortnite? Wenn ja, lasst es euch auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und, Leute, falls ihr noch mehr Fortnite sehen wollt, dann klickt einfach rechts auf das Bild, da kommt zu rechts im Video. Und links könnt ihr mich abonnieren. Falls es noch nicht gut ist, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.